200 schöne landschaft oh man leute folgen worldtrip einfach mal gummi geben ich bin jetzt mit dem e hier so eine landschaft unterwegs und bin schon knapp 50 kilometer autos bin jetzt knapp ab nach heidenheim city ja faller runter kochen ich komme hier um zu kochen ab nach allen city ab nach allen city ab nach schnitt ist alles viel also leute ich würde auf jeden fall mal ganz schwer behaupten dass ich es geschafft habe dass ich es einfach geschafft habe nach heidenheim an die brems über 90 kilometer jetzt bin ich gefahren mit meinem Fahrrad einen kleinen road trip ich habe euch ein paar kleine dinge mit eingefügt alles andere ein kleiner feiner road trip ich gehe jetzt zu meinem Opa der wohnt nämlich in heidenheim willkommen heidenheim ich gehe jetzt zu meinem Opa der fährt natürlich mit mir auch ich habe ihn jetzt mal ein bisschen abgehängt dass die wissen das ja alles nicht was ich Youtube mache ich mache juhu 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 Vielen Dank.